Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen hier und herzlich willkommen zum 19. Uncharted Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich, endlich weiter hier mit Uncharted, wie ihr sehen könnt. Und wir haben hier aufgehört, wo wir auf den Zug gesprungen sind. Und jetzt geht's hier weiter. Wir haben erstmal hier einen Schatz gefunden. Alter, guck mal, wie paranoiamäßig das hier aussieht, ey. Ja, Freunde, es tut mir leid, dass jetzt die Story ein bisschen vernachlässigt wurde. Die kam man das letzte Mal vor sechs Tagen, aber es kam ja auch die Uncharted 4 Multiplayer-Beta raus. Und da meinten viele, mach erstmal die zu Ende. Da meinten viele von euch, mach erstmal die Beta, weil die Beta endet genau heute am 13.12. Und das Spiel kommt da erst am März raus. Ich hab gedacht, ich wollte lieber die Beta sehen. Aber jetzt können wir uns voll und ganz wieder endlich der Kampagne widmen. Und ich hab da einfach übertrieben Bock drauf. Also es geht jetzt hier Richtung, äh, diese Berge. Seht ihr die schon? Also, ne, das sind die nicht. Ihr wisst, weil ich meine, diese Schneeberge. Da müssen wir irgendwie schauen, wie wir da hinterkommen. Ich würde sagen, gehen wir die außen. Aber nicht, dass jetzt gleich irgendwie so ein Pöller kommt und der uns dann irgendwie runterhaut. Da müssen wir jetzt mal schauen. So, das find ich geil, Mann. Dass die Levels einfach so schön abwechslungsreich gestaltet sind. Wir müssen hier eine ganze Zeit lang springen und so gucken, was hier passiert, Alter. Junge, das wird jetzt so geil werden, Freunde. Das verspreche ich euch. Das wird immer geiler und geiler. Also für diejenigen, die noch am Start sind, das sind ja ungefähr 30.000 bis 40.000 Zuschauer. Ähm, das wird noch mega geil werden hier. Also ihr müsst da auf jeden Fall am Ball bleiben. Das verspreche ich euch. Weil ich hab noch so ein paar Déjà-vu's im Kopf, kann mich ein bisschen noch erinnern, was da passieren wird. Ungefähr. Aber nicht mehr genau. Okay, wir haben jetzt schon mal hier Waffen. Hier liegen ganz zufällig Waffen auf dem... Scheiß, okay. Ich glaube, so langsam wird es jetzt abgehen hier. Oh, oh, oh. Ist der Bähner? Was macht der denn? Habt ihr das gesehen? So, Alter. Ist der richtig Bähner? Will er da Michael Jackson Moonwalk machen auf der Stange da, Alter? Fliegt da einfach runter. Aber was sich mal interessieren würde, Freunde, ob diese ganze Landschaft, die hier rechts und links ist, ob die sich nach zwei Minuten wiederholt oder ob das immer neu wird. Weil guck mal, da sind zum Beispiel jetzt Häuser und das müssten die ja voll detailreich gemacht haben. Oha, da ist schon direkt der erste Gegner, Alter. Ich würde sagen, den können wir uns da anschleichen töten, oder was sagt ihr? Darf uns nicht sehen. Oha, da hat irgendwas gehört. Zack. Bam, bam. Oha, der kontert. Wir müssen kontern, zack. Guck dir den hier. Wuhu, das hat eine M4, ne? Oha, da hinten sind Gegner. Habt ihr die gesehen? Nehmen wir halt mal die Schrotpistole. Aber die reicht, glaube ich, nicht bis hier. Oha, Alter. Warte, ich will erst mal den ganz da hinten. Alter, das ist so schwer, wenn das am Fahren ist. Guck mal, ey, immer überall neue Häuser. Guck mal, wie detailreich ich, die das gemacht haben. Heftig. Ach, du Scheiße. Wo sind die denn alle, Mann? Da. Boah, Headshot. Da ist auch einer. Boah, das ist so am Wackeln, Freunde. Ich habe einfach so Bock auf dieses Spiel. Das ist so geil, Mann. Fahrscheinkontrolle. Alter, Maul, Nate, ey. Will ja wieder lustig sein, ne, Relle, Peter. Komm, weiter, weiter. Ich würde sagen, wir behalten auf jeden Fall die M4. Die ist besser als die AK. Okay, jetzt geht es hier los auf dem... Oh, Jungen, Alter. Ich bin mal gespannt, was gleich passieren wird. Weil so hat das Spiel nämlich angefangen. Wisst ihr das noch? Da waren wir ja auch in diesem Moschkaliber, Alter. Ich glaube, die wäre besser geeignet für das Schiff. Oh! Alter! Hat der mich erschrocken, Mann, die Missgeburt. Kommt er da einfach von außen. Kommt er an. Und dann kriegst du den hier. Spaß, die, Alter. Jeder, der mich erschrocken hat. Ohne Spaß hat er mich verschlossen. Das heißt, wir müssen übers Fenster raus. Da, wo der rausgekommen ist wahrscheinlich. Da hinten sind Gegner. Fuck, fuck. Das schöne Schiffabenteuer. Äh, was für ein Schiff, Mann. Wir sind doch hier... Ey, ich bin manchmal wieder richtig dumm, Alter. Wir sind ja hier auf einem Boot. Auf einem Zug! Alter, bin ich dumm, ey. Hier. Pussy. Jetzt haben die das gehört. Ey, was war das? Die sollen mal alle näher kommen. Da oben. Weil Schrotflint ist für sowas viel besser geeignet, Freunde. Wisst ihr? Einfach ein Schuss, die sind alle tot. Zack. Okay, der hat vielleicht zwei Schüsse. Aber hier ist einfach viel besser. Ist praktischer. Ey, der fällt ja fast runter hier vom Schiff. Ist der dumm. Da ballert... Alter! Habt ihr das gesehen? Da hinten hat einer durchgeballert mit so einem MG oder was war das? Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's wieder hier weiter. So, komm, komm, komm. Zack. Wir müssen aufpassen, Freunde. Da hinten ist das einfach einer mit einem MG gewesen. Junge, das wird ja immer schwieriger und schwieriger. Letzter Schuss für den Pisser. Zack. Okay, jetzt wird's schwierig, Freunde. Weil da hinten... Alter, da ist einer in so einem scheiß MG. Wie sollen wir das denn jetzt machen, ey? Wir müssen da irgendwie auf die Seite kommen und dann da... Oben drauf. Wow, wow, wow. Okay, hier können wir, glaube ich, auf keinen Fall lang, oder? Wir können... Warte, wenn er jetzt pausiert... Durchziehen und übers Fenster versuchen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann jetzt hier hochgehen. Das wäre, glaube ich, die optimalste Lösung. Weil hier kann man sich treffen. Wir sind auch keine Gegner. Und wir können jetzt von hinten einfach bumsen mit der Schrotpistole. Oh, das ist ja noch eine Etage weiter. Was macht der denn da? Hier, kümmern sie den. Ey, krass, guck mal, Freunde. Die Landschaft wiederholt sich nicht. Es sind immer neue Gebiete hier. Alter, haben die Entwickler keine Hobbys gehabt? Die sind ja richtig am Durchziehen gewesen. Hier muss ich auf jeden Fall weitergehen. Da hinten ist er auch schon direkt. Sieht ihr den da? Oh, das war natürlich optimal, Ölny. Optimal. Ach, du Scheiße. Ich habe eine Idee, Freunde. Also wir werfen da mal eine Granate rein. Und es darf jetzt nur nicht hinfallen. So, die könnte gut sein. Ich komme, die Kollegen. So. Dann hältst du runter. Zack. Und da ist der nächste Gegner. Hier, du Pussy. Kriegst du den? Wir müssen auf jeden Fall die M4 mitnehmen, Freunde. Weil die Moschkaliber ist jetzt schon so gut wie leer. Ja, Junge, ist das hier? Das macht übertrieben viel Bock auf dem Zug. Boah, ich wollte schon wieder Schiff sagen, ne? Oh ja, und jetzt? Und jetzt? Alter. Was war das denn? Habe ich voll Glück gehabt. Habt ihr das gesehen? Oh shit, Alter. Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr so einfach werden, wie geht es. Ei, ei, ei. Boah. Diese Schrotpistole geht ja übertrieben ab. Auch wenn das so eine Distanz ist. Guck mal, jetzt wieder gebumst, Freunde. Guck mal jetzt. Guckt es euch an. Puh. Alter. Schnell durchziehen, schnell durchziehen, schnell durchziehen. Boah, das ist ein Panzer? Schnell runter hier. Bevor uns das Ding wieder erschlägt. Alter, was haben die denn vor mit dem Panzer, Mann? Ja, frage ich mich auch, wozu die einen Panzer benötigen. Boah, jetzt sind die sogar an der Seite, diese Scheißteile. Das heißt, sie müssen uns ja übertrieben beeilen. Guck mal, da hinten ist schon wieder so ein Ding. Sagen wir jetzt mal jetzt hier hoch und springen rüber, oder? Und auch nicht runter. Aber erst, wenn wir jetzt vorbei sind, genau jetzt. Komm, 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 zieh durch, Nate, Alter. Zieh durch, Nate. So, jetzt wieder hoch. Nach rechts. Warte. Guck mal, ey, die haben einfach... Oh, nee, doch nicht. Sieh, 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 das wiederholt sich. Das war nämlich vorhin auch gewesen. Ich hab mir schon gedacht, wir würden noch niemals hier die ganze Strecke lang neue Landschaften bauen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, Freunde, heute kommt definitiv noch schön WWE. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das kommt auf jeden Fall, Leute. Oh, guck mal, ich lass die erst mal kommen, Freunde. Und mit der Schrottpistole haben die eh keine Chance. Wir laden erst mal nach. Und jetzt, hier, bist du gebummst, bist du gebummst. Und dann hinten und ich bin mit der M4. Zack. Alter, wie... Wir sind ja voll präzise, Mann. Komm, wie viel Leben, den wir direkt abziehen. Alter, schöner Wasserfall da hinten. Hier, kriegst du den, du Pisser. Geh weiter, weiter, weiter. Alter, wie lang ist denn dieses Schiff, ne? Mal, guck mal, wie lange wir schon hier einfach am Rennen sind. Oha. Was ist denn mit dem los? Wir scheierern. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Der will jetzt bestimmt jetzt trennen. Ich hab's gewusst, Alter. Oh mein Gott. Ey, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, Freunde. Das wird jetzt richtig krass werden. Das sag ich euch. Das wird übertrieben krass werden. Alter. Macht er einfach den letzten Waggon kaputt. Ja, super. Ach, du Scheiße. Das werde ich doch niemals kaputt kriegen. Wie soll man das machen, Freunde? Das ist ein Hubschrauber. Ne, das ist sinnlos, darauf zu ballern. Das sag ich euch ganz ehrlich. Alter, ich muss schnell in Deckung. Okay. Alter, der schießt jetzt sogar mit Granaten und alles. Ey, ey. Nate, Nate, Junge. Chill, chill. Rüber, rüber. Spring, spring. War so schwierig, mal für die Kontrolle hier in diesem Schiff zu behalten. Alter. Oha, das sind auch noch Gegner. Ach, du Scheiße. Also, Freunde, wir sind. Alter. Ist das deren Ernst? Wie soll man das denn hier schaffen, ey? Okay, die Gegner haben wir. Aber da schießt die Raketen jetzt wieder drauf. Ei, ei, ei. Boah, Freunde, wir müssen gerade mega konzentrieren, dass wir ja nicht sterben. Wir müssen durchziehen, wir müssen durchziehen, wir müssen durchziehen. Oh. Alter, das habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Habt ihr das gesehen? Kam das auf einmal voll plötzlich, das Teil. Ah, okay. Sind wir wieder direkt hier. Ach, du Scheiße. Ey, reicht doch mit dem Schießen. Kommt. Oh, yo, oh, yo. Boah, war das knapp, Mann. Ey. Alter, der Typ ist krass, Mann. Das ist ein schwieriges Level, Freunde. Merkt ihr das? Das ist überhaupt nicht einfach. Boah, wo kommen die denn? Kommen die alle aus dem Flugzeug rausgeflogen? Warte mal, ich wirf denen mal schöne Granate rüber. Hier. Könnt ihr mal damit viel Spaß haben. Hier, scheiß auf deine Schrotflänze, du Pisser. Wir müssen uns, glaube ich, ganz nach vorne arbeiten. Ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir, dass da vorne eine Bazooka war. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz. Ich muss nochmal schauen, wo der Panzer raus ist. Das wäre natürlich optimal. Ei, ei, ei. Guck mal, wie werden die Züge ballert werden hier, ey. Mann, Mann, Mann. Ey, ey, ey. Unser Leben ist schon fast weg. Aber wenn wir noch einen schönen Granaten bewegen. Gehen wir erst mal. Bitteschön. Viel Spaß. Und tot. Oh, ne, die ist da vorgeladet. Egal. Die werfen wir jetzt einfach richtig. Komm. Ja, perfekt. Und der ist weg. So. Könnte ich das damals schaffen. Und da schon, glaube ich, die Panzerfaust. Sieht ihr das in dem Zug? Ja. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's einfach gewusst. Okay, jetzt durchziehen, durchziehen. Spring rüber. Da ist eine schöne Panzerfaust. So. Hier, du Mistgeburt. Kriegst du den hier? Wow, nur einen Schuss. Oha, der ballert jetzt zurück. Wir müssen hier weg, Freunde. Wir müssen die Türe aufdrehen. Schnell, schnell. Alter, was hier einfach nur abgeht. Schnell, schnell. Drück, 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 drück. Fuck, fuck, fuck. Wir dürfen nicht auf uns schießen, Alter. Wir müssen durchziehen. Komm, Dreieck, Dreieck, Dreieck. Mach die Tür auf und zieh durch, Junge. Oha. Ja, was soll ich denn da... Ey, was soll ich denn da machen? Ich hab nur die Türe aufgedreht. Was? Alles von neu von hier? Ist das der im Ernst? Okay, Freunde. Dann müssen wir doch mal alles neu machen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich an der Tür bin. So, Freunde. Wir sind jetzt wieder an der Tür. Ich hab die gerade aufbekommen. Jetzt musst du aber wirklich durchziehen. Nicht, dass wir wieder abgeballert werden. Komm, okay. Diesmal haben wir es überlebt. Junge, Alter. Was hier einfach nur abgeht. Guck mal. Der ganze hintere Waggon fehlt. Ui, yo. Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass ich in den Tunnel ging, ey. Ach du Scheiße. Junge, das... Dieser Zug, ne, der ist einfach so lang. Habt ihr das gesehen? Kapitel 14, Tunnelblick. Ach du Scheiße, ey. Oha, da oben. Das ist so ein Baba-Boss, Freunde. Ach du Scheiße. Das sind diese ganz starken Leute. Die müssen wir, würde ich mal sagen, umgehen. Ach du Kacke. Oha. Der holt den einfach runter, diesen Baba-Boss. Krass, ey. Der Nate ist der Beste. Den Mosch-Kaliber, würde ich sagen, nehmen wir mit, oder? Oh, wir haben sogar Präzisionsgewehr. Okay, jetzt geht's ab, Freunde. Okay, jetzt geht's ab. Das sag ich euch. Oh, oh, oh. Die Armen. Ich brauch da gar nicht reinzuziehen, oder? Das machen wir einfach mal. Boah, die haben uns nicht mal gesehen, ey. Ist das geil. Wir haben auch genug Munition hier für die Präzisionsgewehre. Guck mal, wie weit die weg sind, Alter. Aber wie soll ich die denn treffen? Weißt du, wie das am Wackeln ist, Freunde. Das ist übertrieben am Wackeln. Alter, die ballern alle drei gleichzeitig auf mich. Habt ihr das gesehen? Mein Leben ist fast weg. Die haben wir 100er Prezi, ey. Warte mal. Chill, chill, chill. Hier, kriegst du den? Okay, nur noch zwei Warns. Jalla, jalla. Wow. Springt er wieder fast daneben hier, der Nate. Das ist ein gutes Level hier auf dem Zug. Alter, mach was anderes. Nicht immer nur auf Land, sondern auch mal hier auf Zug. Hier müssen wir echt aufpassen, Mann. Ich will gleich irgendwie getötet werden von weiter Distanz. Oder einer kommt jetzt von hier. Einer war doch überall. Ich weiß aber nicht, wo der war. Da. Oh nein, das ist gar nicht gut gerade. Das ist überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Kontern. Schmeiß ihn runter. Hallo. Boah, jetzt haben wir verdammtes Glück gehabt, dass ich noch schnell zu Sniper gegriffen habe. Das war jetzt völlig unerwartet. Wow. Ah, hab ich es gar nicht gesehen, Mann. Oh fuck, unter mir, unter mir. Ei, 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 ei. Haha. Untergebumst vom Zug, Alter. Schön. Sauber. Lebt da noch einer? Nee, ne? Oder? Ich glaube, von hier kommen die jetzt, oder? Ja, ich weiß es nicht. Junge, das ist echt nicht einfach auf dem Zug, Freunde. Ich will nicht wissen, wie das auf extrem schwer war. Und ich hab das früher auf extrem schwer einfach gezockt. Das ist einfach unfassbar. Bahn, Junge. Da, Junge. Jetzt wird die Tür auf. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Ich behalte nur die Sniper, oder? Sollten wir die andere? Wir haben noch vier Schuss mit der Sniper. Nehme ich über die AK mit, oder? Wer, glaube ich, angebracht hat. Weiß so ein Schatz. Den nehmen wir mal mit. Die Tür ist zu. Das heißt, wir müssen wieder übers Fenster raus. Da. Oder? Nee. Hä? Wo sollen wir denn jetzt hier raus? Die Tür hat doch kein Schloss, oder? Also kannst du auch nicht weitergehen. Also müssen wir aufs Dach hier. Genau. Müssen wir mal aufpassen, dass ich irgendwo wieder gegenknalle hier. Oha, guck mal, wir sind schon in den Schnee. Oha, was ist das denn für einer? Ach du Scheiße, ey. Ei, ei. Oh Gott, oh Gott. Boah, jetzt sind wir schon in dem Schneelevel, Freunde. Ei, ei, ei. Wo ist das Kaliber? Aber zum Glück. Ein Schuss, die sind alle tot. Ey. Boah, von so einer Distanz, Alter. Unter mir ist aber Dings, Freunde. Wisst ihr, wer unter mir ist? Egal. Ich pack mir den jetzt. Da hinten. Oh mein Gott. Oha, der kommt immer näher. Schnell, Granaten. Schnell, Granaten. Ich hoffe, die reichen. Die reichen. Okay, die reichen. Ich hab gedacht, ich brauche jetzt zehn Granaten für den. Aber zwei haben doch gereicht. Junge, Junge. Ich denke manchmal, das ist so ein kleiner Endgegner. Weil der sieht voll krass aus mit seiner Rüstung und so. Da müssen wir echt aufpassen. Ey, da haben wir noch eine Granate. Guck mal, krass, Freunde. So hat das Spiel angefangen, in diesem Schnee hier. In diesem Schnee-Leveln. Unfassbar. Und jetzt sind wir schon da, Alter. Richtig geil. Jetzt können wir mal eine Granate dazwischen. Der ist ja richtig motiviert. Ich denke auch, der kann einfach hier nach vorne kommen und alle bunsen. Da ist es schon wieder so ein Endgegner. Oh mein Gott. Fuck. Ich würde sagen, die Granaten behalten wir für den lieber, oder? Alter, wie die alle hier auf uns am Ballern sind. Scheiße. Warte mal. Ich würde sagen, wir packen uns erstmal den Pisser da links, oder? Was sagt ihr? Warte, den holen wir uns. Ey. Scheiße. Falle den ab, falle den ab. Wir haben noch die Westkaliber. Gar nicht mehr. Acht, du Scheiße. Ei, 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 ei. Wir haben links noch eine Schrotpistole. Das ist schon mal sehr gut. Ja, klar. Hast du super geworfen, die Granate. Hast echt eine gute Präzision, du Pisser. Komm noch her, Alter. Hier. Nichts, die Schrotpistole. Aber jetzt muss er wieder in Deckung gehen, ne? Warte mal. Ich versuche, den zu treffen mit der Granate. Das wird nix. Ich breche die ab. Der wird die auch nicht. Ja, natürlich. Und der wirft die perfekt hier rein. Zeig dich. Hier. Das ist dein Ende. Hier. Guck mal, der hat schon seine Maske ab. Und jetzt bist du tot. Alter, vieler Schluck ist ja unfassbar. Hier. Ey. Ich habe den jetzt zwei, dreimal getroffen oder so. Dann gab es die Granate einfach mal schön rechts neben ihm. Und viel Spaß. Der müsste jetzt tot sein. Wenn er jetzt noch lebt. Ey, ey. Siehst du, der ist tot. Nur noch einer. Hier, kriegst du den. Optimal. Alter, wie schwierig das ist. Aber der Heli ist ja noch da, Freunde. Denk mal da. Der Zug im Glück. Oh, hey. Es geht ja nicht mehr so weit. Oha. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt wirklich ein Endgegner. Ist der tot? Guck mal, das ist lustig. Als ob der davon sterben würde. Ach du Scheiße. Wie soll ich den denn töten, Mann? Sag mir das. Alter. Wie soll das denn funktionieren? Ah, guck mal. Der steht auf diesen Holzpeilen. Sieht ihr das? Vielleicht kann man die irgendwie kennen. Wenn ich dagegen schieße. Siehst du? Irgendwas habe ich noch im Kopf gehabt. Dass man die so... Verpiss dich, du Missgeburt. Boah, was muss das für ein schlimmer Tod sein? Ich glaube, der wird auch stark sein, oder? Oh, nee. Jetzt kommt der Heli wieder zurück. Ach, du Kacke, Mann. Ei, 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 ei. Schnell durchziehen. Wir müssen durchziehen, Freunde. Durchziehen, durchziehen. Nee, komm. Zieh durch. Lauf um dein Leben. Lauf. Der Zug geht nicht mehr so lang, Freunde. Der ist nicht mehr so lang. Seht ihr das? Wir haben schon fast alles geschafft, aber der war übertrieben lang gewesen. Das war so eine heftige Strecke, die wir zurücklegen mussten. Alter. Ja, mit einer Panzerfaust. Oder wir setzen uns in den Panzer rein. Boah, guck mal, was wir hier haben. Oh mein Gott. Okay, das wird das Ende sein. Feuer mit Feuer. Komm her. Komm her, du Scheiße. Hier, hä? Was willst du, hä? Guck mal, der ist schon fast kaputt. Hier. Du Missgeburt, Alter. Wir haben hier schon Panzer hier drauf und dann kriegen die jetzt mit ihren eigenen Waffen verrecken die. Hier. Sack kaputt, Alter. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Landet das auf? Oh. Ei, 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 ei. Lauf. Junge, ey. Ah, das war der möglicherweise Endgegner da oben. Von dem Level. Sagen die mir auf jeden Fall erstmal die M4. Ei, 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 ei. Ei, ei. Nein, die kann das nicht umbringen. Auf keinen Fall. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Wie soll ich den denn töten? Ich mach das einfach aus der Hüfte. Genau so. Ich hab gedacht, der kommt jetzt direkt zu uns und gibt uns ne Bombe und dann sind wir tot oder der ballert uns mit seiner Dingswaffe weg. Alter, wie lang dieser Zug ist. Ne, unglaublich. Aber es waren jetzt zwei coole Level. Die haben mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, die kann echt nicht mehr weit sein. Da ist doch der Endgegner. Alter, wie viel Leben hat der denn? Der schluckt ja richtig viel. Hab ich doch gesagt. Das ist so ein Zwischengegner. Klar. Wie viel schluckt der denn? Oha. Wunderter Prezi hat der. Alter. Jetzt kommt er auf einmal nah zu uns. Was geht denn hier ab? Guck mal, bam, Junge. Wow. Greift uns auf einmal hier an. Kriegt er es einfach aus der Hüfte. Hier. Bam. Bam. Jetzt geht wieder der Kampf hier los. Guck mal, was ein Kampf hier im Zug. Action pur. Zack, wir weichen aus. Geben ihm ne Bombe. Boyo, Alter. Was ist ein Kampf hier? Viereck, viereck. 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 Junge, Alter. Hat er den ausgenockten, Nate? Sauber. Alter, Alter. Oha, der hat diesen Dolch gehabt? Als ob. Warum hat der den gehabt? Ich dachte, Lazariewicz hat den. Oha. Ach. Ach, du Scheiße. Komm, Nate. Oha. Chloe. Wie ein Glück gehabt, Mann. Genau zur rechten Zeit. Bei dir alles klar? Raus aus dem Zug, Nate. Was soll denn das heißen? Weißt du, was ich mitgemacht habe? Ich hab dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Genau. Also raus aus dem Zug. So schnell du kannst. Und dich lass ich hier. Du hast dich doch schon entschieden. Was hast du denn erwartet? Ich hab erwartet, dass du mich deckst, Nate. Oh, das hab ich auch. Wie denn bloß mit den zwei anderen am Hals? Dann viel Glück mit Flynn. Hier, pass zueinander. Ich fass es in... Oha. Ah. Du weißt einfach nie, wann Schluss ist. Was? Kein cooler Spruch? Keine schlaue Antwort? Das tust du nicht. Das tust du nicht. Ach, du Scheiße. Halt. Lass ihn laufen. Erlöst ihn von seinem Elend. Nate, komm. Junge, junge Freunde. Ich hab ein ungutes Gefühl, Alter. Wisst ihr noch, wie Folge 1 von Teil 2 angefangen hat? Was da passiert ist mit dem Zug? Ei, ei, ei. Das wird richtig krass werden. Ich sag's euch. Ei, 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 ei. Oh Gott. Nate, das packst du, Junge. Da. Oh, keine gute Idee. Jetzt passiert das, wie das Spiel angefangen hat. Ja. Ja. Oh Gott. So hat das Spiel angefangen. Ach du Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Ja. Kapitel 15. Zugunglück. Genau so hat das Spiel angefangen, Freunde. Wisst ihr das noch? Ei, ei, ei. Jetzt müssen wir das Level nochmal spielen. Ach du Scheiße. Ja. Ja, meine lieben Freunde. Und dann würde ich sagen, passt das hier perfekt, wenn wir an dieser Stelle aufhören. Neues Kapitel. Und somit ist die Folge jetzt auch hier beendet. Ich fand, das war eine richtig geile Folge hier auf dem Zug. Nächstes Mal geht's dann endlich weiter. Und wir lehren uns langsam so dem Ende vom zweiten Teil. Da wird noch einiges auf uns zukommen, locker. Und es ist ja dieses geile Schneelevel. Da bin ich mal gespannt, was hier noch alles passieren wird. Und ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr über 6000 Likes freuen. Heute kommt noch WWE. Morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Video hier. Alles klar. Euer Öni ist raus. Seid die Besten. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.